Willkommen bei unserem 19. Türchen unseres mittelalterlichen Adventskalenders. Heute mit der Frage, wurde damals schon Glühwein getrunken? Und die Antwort lautet, ja, nicht nur im Mittelalter, sondern sogar bei den Römern haben sie den Wein gewürzt. Und im Mittelalter galt es sogar als Heilmittel. Also wenn ihr jetzt zum Christkindlmarkt geht und ihr trinkt ein paar Böcherchen oder so zu viel, dann sagt ihr, ich heile mich gerade. Also ihr habt die Ausrede jetzt von mir bekommen. Im Mittelalter hieß es sogar, dass es gegen feuchtem Magen hilft. Also, ja. Also, ja. Also, ja.